Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Let's Play Borderlands mit Fisch und Freddy wieder. Hi. Ich habe keine Ahnung mehr wo wir waren, also erklärt ihr das am besten. Wir sind in New Haven. Ich weiß nur, dass wir in New Haven sind und wir mit TK nach TK sehen sollen. Und dass es hier Quests gibt noch. Und dass ich erstmal eben 27 Stunden meinen Sound anpassen musste, weil Borderlands so unglaublich laut ist. Übrigens Kirschi, ich habe einen Kommentar erhalten zu Borderlands. Und dieser Kommentar besagt, wir beide sind ziemlich lustig. Oh, und ich nicht, denke ich schon. Das ist gemein. Nein, du nimmst das ganze Spiel zu ernst. Ich weiß. Und du hast immer so eine relativ gelangweilte Stimme. Ich weiß. Das passiert, wenn man keine Emotionen hat, na? Warte, das trifft aber ja auf uns beide zu. Bei was? Das trifft aber ja auf uns beide zu. Ja, los, stirb! Wieso stirbt das nicht? Bodybreaker! Boah, jetzt bin ich auf dir gelandet. Oh, scheiße. Sollen wir ihn zuerst machen? Funktioniert nicht. Okay. Sollen wir das halt, hört sich gut an. Dann gehe ich in New Haven. Ich glaube, das machen wir ja. Das haben wir schon zweifelchen gemacht. Das ist in New Haven, das heißt, das können wir auch schnell machen. Okay. Sollen wir hier Generatoren einschalten. Okay. Oh, hier ist noch ein Clap- Hier ist ein anderer Claptrap. Wo? Ist das Medic-Trap? Ich möchte ihn töten. Welcher hast du schlagen wir nochmal? Äh, V. Ah, V. Er flüchtet! Der Pister flüchtet! Also ich schlage nicht auf V zufällig. Ich auch nicht, ich schlage auf meiner Maus zu. Aber V ist ja auch. Der haut die ganze Zeit ab von mir. Ich schlage auch auf meiner Maus zu. Ach, da warst du. Äh, hab gar keiner wo wir hin müssen. Oh, guck mal hier liegt ein Toter. Oder schläft der nur. Oder schläft der nur. Auf dem Dach einschalten. Gott, Alter. Man kann ja gar nicht Sprit, wenn man sagt, ich glaube, es ist ein Dr. Seth. Hallo. Und die Leute immer noch auf dieser Chimera. Noch dieses Chimera, es gibt keine Kamera, okay. Nein, es gibt keine Kamera, okay. Nein, es gibt keine Kamera, okay. Nein, es gibt keine Kamera, okay. Äh. Ach, nur hier ist nur Geld. Wenn ich das wüsste, wüsste ich die Sache mehr. Äh, ja, das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Bestes Spielen auf jeden Fall. Wieso? Wir wissen genau, was wir machen und wo wir hin müssen. Was ist das da? Eh, benutzen. Ah! Okay. Ich glaube Kirschi hat das erste gefunden. Das dritte. Zwei hatten wir schon. Oh. Achso, ich hab grad auf dem Dach gesucht, weil, äh, ich dachte so. Moment. Hier, das müsste auf dem Dach hier sein. Ja, das ist auf dem Dach. Ja. Der ist da oben. Ich seh'n. Ich muss kaputt machen. Du musst einschalten. Ich glaub' nicht. Ich würd's lieber kaputt machen dürfen. Aber dann haben die keinen Strom. Das ist mir doch schon scheißegal. Kann man nicht in den Wort passen. Wenn so Flatfab stirbt. Ja! Ja! Weiß ich nicht. Ja, ich hab' hier ein anderes gefunden. Ah, das ist der am Nordtor. Jetzt muss man hier noch irgendwie hochkommen. Äh, wie guckt mich da hochkommen? Ich hab' keinen Weg gefunden. Ich bin oben, aber ich weiß nicht, wo es ist. Äh, auf der anderen Seite. Da. Achso. Okay. Ah, da. Ich hab' das am Nordtor schon mal gemacht, weil das ist sonst nicht, was ich gesehen hab. Geld. Abliefern, ne? Okay. Na dann. Ich lerne nicht wieder Auto fahren. Ich will einen Führerschein fahren. Ich kann einen Führerschein fahren. Ich kenn' dieses Lied nicht. Das ist kein Lied. Das ist, äh, Sandra lernt Führerschein fahren von Fresh Torge. Was ist denn mit seinem Fickten Gesicht passiert? Hahaha. Wussi, 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 wussi. Äh, das ist komm' mehr. Ich hab' nicht sofort zurück, um die ab und zu die Fingerchen dreckig zu machen. Freut mich, dass du zu mehr als Banditen mitzuholen hast. Dankeschön. Freni, wollen wir kurz die Geschichte erzählen, was mit ihrem Gesicht passiert ist? Ne, das werden wir, äh... Spoiler. Äh, ich hab' Kirche das Video übrigens gezeigt. Die hat dann gemeint, dass ich ihn gespoilert hab', aber... Welches Video? So wie Teil 2 spielen. Äh, von, also, wo... Teil 2, okay. Ja. Äh, ich suche nach Tennis, falls wir das lesen wollen. Ich hab' ein paar Mal hoch und runter aufs Kopf, aber ich nicht wusste, was ich machen soll. Mit Clutch hab' gesprochen. Nein. Was ich mit ihm sprechen, wollt ihr das? Darf ich ihn töten dabei? Oder, ähm... Nein, das geht nicht. Was ist der denn? Fisch, ich steck' ihm mal deinen Schwanz in seinen Maul. Ich würde gerne, aber ich glaub' ich hab' keinen. Wenn ich nach unten guck', seh' ich nichts. Tennis. Tennis, die... Ist das nicht... Ja. Ist das nicht diese Verrückte? Das ist die, die komplett an der Birne hat. Ah, voll geil, Lege. Nee, die ist richtig nervig. Oh. Wir versuchen aus dem Alter in die Ecke zu springen, schaffen's nicht. Die ist, äh, die hat eine Neurose gegen Menschen oder sowas. Ah, voll geil. Also, die hasst Menschen. Da ist sie. Ich hasse auch Menschen. Pst, pst, pst. Die Lady mit der kaputten Visage. Ja, das ist auch richtig gut. Die Lady mit der kaputten Visage. Ich muss ergeben, dass du nunmehr in die Ross Cummins einhalten darf. Warte bitte, bis ich das Geld, die wir gaben. Pst, pst. Wollen wir zu teabagen? Kaushai, nicht teabagen. Auf wegzufahren! Du kleiner Pisser! Weißt du, fährt erst mal siebenmal im Kreis. Kischi hat übrigens einen Streitkolben in der Hand. Boah. Äh, wir haben übrigens hier noch irgendwelche Crests in New Haven. Haben wir eigentlich gerade. Oh, okay. Oh, ich hab's doch alle angenommen eigentlich. Äh, wollen wir jetzt hier durchgehen oder wollen wir in New Haven Crests annehmen? Dann lass uns erst mal in New Haven fertig, Mann. Das ist jetzt egal. Ah, du Pisser. Da leuchtet, nein, da leuchtet nichts. Okay. Schlagen ist doch besser. Er brennt. Aua, aua, aua. Ah, der brennende Schläger hat mich fast getötet. Nice. Hab ich nicht mal gesehen. Oh, shit, oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. Ich bin tot. Ich bin gefallen. Fuck, ich auch. Ah, wir liegen also alle nur noch rum. Gott sei Dank kann ich weglaufen. Ich muss mal weg. Hä? Oh, ich wurde wohl... Fucking hell. Ich kann von hinten mit drauf schießen. F. Äh, wie? F, danke. Oha, oh. Oha, oh. Ihr kleinen Pisser. Ja, du Pisser. Erst schießt du mich nieder und dann gehst du einfach weg, oder was? So ein unhöflicher Bastard. Von wegen lass ich mich von euch fertig machen, hier Pisser. Tschüss. Lefisch ist eh, äh, K benzolkensel, der wird zwar in Mannes. Ja, das ist gut. Oh, das ist gut. Die ist richtig gut. Wer will, wer will, wer will, wer will, wer will, wer will, wer will. Wir haben hier ein Schild, wer war, wer will. Wir haben hier ein Schild, wer will. Wir haben hier ein Schild und wir haben hier ein Schild. Das Spiel ist beim Marz. Ich kann damit willkommen zurück. Wieso geht es spielen, hintergehung, wenn ich Escape drücke? Äh, du sollst du nicht das Cape Drücken? Sehr. Groß, danke. Jetzt bin jetzt wieder da. Ich bin jetzt wieder da. im Hintergrund wenn ich in Escape drücke innen Escape innen Escape Ok, hier war ich mein's in meinem Arsch Pisse aus meinem Arsch Achso, ne das war nur so ein Zeug bei ich mir erwähnt Pisse aus meinem Arsch, in die fette Judenfrasse vom Kaisenarm Ups, da ist mir aber was rausgerutscht Äh, wo ist das schwarze Brett? Ich hab keine Ahnung Achso, ha, ich hab schon Stimmt, du bist Gott Melkonson äh, Reparatur-Kit äh, wir müssen das Reparatur-Kit für, äh Oh, hier ist noch, Alter, mein Gott so viele Quelsen, oh, ich bin schon wieder das tut mir leid, Leute, ich drücke, dauernd Escape Stop it Ich brauche für dieses Spiel mal ein Escape-Kit aus Ich kann einfach reinspringen Aua Ok, das ist jetzt ausgebaut Ich bin ja wahrscheinlich der einzige, dass die Reparatur für Klapschap suche, weil ihn so übertrieben hasst Nein, ich musste, ja, also wirklich, eigentlich schon Na, ich such mit, wir müssen ja Ja, achso, keine Ahnung, wo es ist Äh, gute Sache, jo Es ist wahrscheinlich über mir Ja, ich seh's Es ist in dir Hab's geholt Ich weiß nicht, ob man das einfach überspringen holen konnte, aber ich hab's überspringen geholt Ich bin einfach hochgesprungen Ey Reparieren wir mal den Kleinen da Hä, wo war das? Ach, hier Den Pisser, meinst du Aber der kriegt, gibt es Inventarslots, Kirschi Inventarslots sind gut Ja, wer ist das? Ja, wer ist das? Ja, wer ist das? Ich bin ganz übersehen Er ist ein Untermensch Er ist ein Roboter Ich würde ja sagen, er ist ein Er muss brennen, aber Dazu hat er zu viel Metall Nee, erstmal hat er dafür zu viel Metall und zweitens wäre es dann gestriket, einfach Und ich fahr' Geld hier Äh, wahrscheinlich cashierst du, ich brach' ein Projekt T-Shirt, ja, jetzt krieg' ich das erstmal Guck' ich erst einmal, ob ich auch Äh Äh Inventar war ja hier oben irgendwo, ne? Ja, da ist es Ich hab' keine Ahnung, wie man auf die einzelnen Sachen kommt Ähm Wollen wir zurück in die Arid Badlands oder wollen wir erstmal in die neuen Gebiete? Ähm Was haben wir denn hier noch zu tun? Also hier haben wir grad gar nichts Wir haben drei Quests in, äh, in der alten Gegend Zum Beispiel TK Äh, gucken, wie's ihm geht Dann haben wir noch Rust Commons, das ist ein neues Gebiet Und Tatanus Warrendor scheint so eine, äh, Höhle zu sein, wie diese eine Shock Cave Aber hier müssen wir Säure, äh Lass uns erst mal nach TK gucken, der ist cooler Okay, wir haben irgendwo ne Schnellportstation Nach TK sehen Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Erstmal so Wubbel, 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 Wubbel Oh Da war ein bisschen Dubstep im Bild Warte Wub, 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 Wub Ja, das passt glaub ich ganz gut, Alter Wub, 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 Wub Ich denk mal ihr beide kennt das nicht Ich kenne Wub, Wub, Wub von Dubstep Ähm, okay, er ist nicht da Hört sich Musik Nein, Wub, 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 Wub kommt aus nem Intro von Aber sein Haus ist jetzt offen Er ist tot Was Nein, Decay Ich hab, ich hatte recht Was hat ihn umgebracht Ich find's cool, wie er da hängt Kleiner Pisser War hier nicht auch der Schlüssel dran für Teil 2 Ich glaube Ich werd übrigens grad von ein paar Pissern angegriffen Man, die haben doch nur ein Leben oder so Ah, hier sind Schilde Und, äh Plasmod Coole Sache Oh, ich bin tot Oh, ich helf dir mal Das sollte ich dir mal helfen, ne? Er hat sich in die Luft gesprengt Ich hab natürlich erstmal gelootet Weil ich nur wissen wollte, was wahrscheinlich ist Hat der vorher Mohamed Alach Wo, wo kommen die alle her? Mohamed Alachweber? Was? Mohamed Alachpab Also erstmal heißt er Alachweber Das geht auch, ja Und wenn du weißt, was das wirklich heißt Dann bist du wenigstens gut Äh, irgendwas mit, äh Für Allah oder so ne Scheiß Nein, das heißt einfach nur Gott ist great Gott ist super, also Ja, mehr heißt das nicht Voll geil, ja Gott ist super, boom Äh, hier ist noch Sachen Einmal für Du stehst im Weg Klasse, erfolgreich Berserker Das ist Korschei Hier ist noch was für Jäger Und noch, äh, Bomben Die Scheiße Pistole Welche hätte die Säure Longbow Oder was ist das mit Nein, die, äh Nein, das hier Der Klassenmord Die Bombe da ja Bombardierer Ja, sag ich doch Oh mein Gott, ich leg mich hier fest Also Der Bombe da ja Der Bombe da ja Ähm Äh, sag mal, Freddy Wo war denn das hier In seinem Haus? Äh Oh, Kirschi ist ein Titan Weiß, äh Weiß ich nicht, also Titten Ich hab so irgendwie anders in Erinnerung Als es hier ist Ja, ich auch Also ich hab's eigentlich gar nicht mehr in Erinnerung Muss ich gestehen, also Ich auch nicht Das sieht irgendwie ein bisschen Sehr anders aus, muss ich sagen, oder? Mhm Hier war nur irgendwie so ein Nebenraum oder so Egal, dann lassen wir es weiter machen Wo können wir es abliefern? Oh mein Gott, da ist durch mich durch Äh Äh Wie die Motte zum Licht Ich war in TKs Leiche Hashtag Necrophili Hashtag Necrophili Oh Gott, mein Ohr Mit I Pudding ist übrigens super Ja, dann hast du mich Bei Kirschi fällt ein Krankenwagen vorbei Das ist bei mir Wollte gerade sagen Das war nicht bei mir, leider Was für ein Krankenwagen in unserem Dorf? Abgehen Ich hab ein bisschen durchgefahren Kühe hast du noch Sind zwei der fünf Einwohner in eurem Dorf gestorben oder so? Nein, Kühe retten Ähm, wo ist die Portstation? Ja, was willst du in der Portstation? Nach New Haven porten? Vielleicht erstmal die Anhaltshalt hier machen, die wir noch haben Du hast gesagt, wir müssen nach New Haven Ja, du hast gefragt, wo wir es abgeben müssen Und dann hab ich gesagt New Haven müssen wir es abgeben Achso, ich hab nur gesehen, dass du die andere Quest aufgemacht hast Und dann hast du einfach nur gesagt nach New Haven Also war ich verwirrt Ja, weil ich da hab die Quest angewacht, um zu gucken, welch wir noch haben Weil die eine, da hab ich gerade gesehen, dass es noch diese Arena Quest ist Danke, dass du lagst Und dann hab ich noch deinen Fragabrat Das mach ich gerne Hey, bei mir hat er nicht gelaggt Bei mir laggt sein Auto Achso, sein Auto, das weiß ich nicht Seine, ne, seine Spielanzeige laggt bei mir ein bisschen Wir müssen Fackeln entzünden und Moth Rack töten Also ich glaub mal, dass das auch so ein So ein Rack Rack Ops Kirsch, die Karre da sind weg jetzt gegangen Ja, mir wurscht Das ist mir wurscht Wurst Wurst heißt das Wurst Na, Wurst heißt das hier im Bayern Oh, das ist ja wurscht Okay, wir müssen hier was anzünden Ja, okay Sieht auch schon so aus Okay, ich steck schon aus Ich zünde das an Und das zünde ich an Und dann Und dann geht's weiter zu den Ups Voll ungeil, ja, ich will wechseln Wurst Moth Rack Oh, oh, oh Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Er ist über mir Ich seh ihn nicht Okay Ich will auch tauschen Ich kann besser schießen als du Ja Oh, shit, oh, shit, oh, shit Guck mal, wie groß der Scheiß hier ist Holy, awesome Ich seh nur noch Explosionen Oh, mein Gott Hau ab, hau ab Hau ab Heiße, scheiße Oh, fuck, oh, fuck Wo ist er aussteigt? How about badboy Wo ist denn der? Ich treff den gar nicht Geht schon, fahr mal zurück Fahr zurück Oben fliegt was Oh, shit, oh, shit, oh Ops Wo ist der? 60 HP Ähm, der ist über uns 25 Oh, dann sollte ich vielleicht auch aussteigen Das ist eine Idee Ich geh mal kurz Auf den Sniper bauten Ach, du scheiße Heiner Äh Bist ja ein Cutie Ich kann gar nicht auf den Einschneiden Cutie Pie? Au Das hat weh getan Das war jetzt echt nicht super von dir Das war echt arschig, weißt du Jetzt schieß ich nochmal, bitte Schieß ich nochmal, bitte Schieß auf mich Ich hab ihn, also ich hab Agro Ich treff den mit meiner Shotgun gar nicht, ey Holy Ich kann gar nicht sehen, wie viel Schaden ich mache Was ist los bei dem? Er ist viel zu weit oben, ich seh auch nicht, wie viel Schaden ich mache Aber vielleicht ist er anfällig gegen Säure Säure? Ich hab ne Waffe mit Säure Ich auch Also von der Theorie her ist er anfällig gegen Feuer und gegen Säure Von der Praxis her wird er nicht anfällig gegen Feuer sein, weil er das Feuerschaden macht Bei mir packt er sich ein bisschen erhöherum Ja, bei mir auch Dass ich kaum treffe Ich treff ihn gar nicht Ich treff ihn ganz gut, aber ich hab auch nur ne Schnellfeuerwaffe Hege, mit deiner Waffe, die null Genauigkeit hat, würde ich auch nicht unbedingt versuchen, in den Himmel zu schießen Doch, voll geil, ja Also ich mach so einen Schaden pro Hit Und ich hab gleich mehr Munition mehr Doch, ich seh ein paar So zweistelliger Betrag Anfänge, äh, Anfänge Ich würd sagen so 15, 17 oder sowas Ja, ich mach halt ganz viel Säureschaden halt, ne Wir machen irgendwie nicht so viel Schaden gegen den Ja, nicht so unbedingt, ne Es könnte gleich sein, dass ich in den Tod renne, weil ich nicht auf die Karte gucke Also nicht auf den Dingens gucke Ich hab Pescher Ich hab dann 40 Schaden oder so Oh ja, ich hab noch 400 Schuss für die anderen Waffen Verreckt doch, du Ich glaub, ich mach Quater Ich kann mal ganz gut ausweichen eigentlich, also Ja, also der ist wirklich nicht so stark Ah, ich hab keine Munition mehr für meine Waffen, die die gescheitsten Ich mach 13 Schaden pro Schuss Oh, oh, oh mein Gott Das hier trifft zumindestens ein bisschen Oh fuck, ich bin tot Oh fuck Könnt mir einer helfen? Äh, wo bist du, wo bist du? Leggepratsch neben mir Verdi, schneller Da ist der kleine Hurensohn Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt Ich bin direkt mal weg Er brellt Nein, das war ne Oh mein Gott Fucking 77 Schuss machen wir eine Ah ja, warte Ja gut, aber mit der triffst du halt auch nur Keine Munition Einmal im Leben Mit meiner Sniper triff ich euch die ganze Zeit Ja, aber die schießt halt nicht so schnell Oh, du bist gefallen Die schießt ziemlich schnell Ja, ich bin gefallen Ich hab eh keine Munition mehr Ich muss jetzt warten, bis die Waffe, die sich bei mir, die unendlich leben hat Bis ich die immer auflädt Ich hab jetzt ca. 200 Schuss Der Piss, das soll jetzt mal ein bisschen näher kommen, ne? Ne, ja, komm mal näher Hier, bauen wir ne Monster Ja, auch bitte nicht zu nah, ne? Ja, ne, ganz so nah vielleicht Ja doch, dann schlag ich ihm einfach ins Gesicht Aua, das fand weh, das fand weh Dann musst du aber erstmal wieder rausfinden, auf welcher Daste denn Ulti ist Äh, äh, F? Richtig Oh mein Gott Das ist ja unglaublich Fuck, fuck, fuck Ich chill hier nur übrigens Ich will dir helfen, Kishi, aber da kommen grad zu viele Bomben Ich bin trotz Ich zieh grad das ganze Ach, du Scheiße Ich bringe dir raus Okay, es wird gleich wieder belebt Ähm, gleich wieder da Ich heil dich grad, Kishi Oh Danke Ich hab selbst nur 57 Leben, ich bin tot Oh nein, fuck Kishi ultet auch und dann heile uns Kishi ultet und ich weiß nicht, ob man nur Ulti heilen kann Ja, geht Also ich hab zumindest, zumindest nicht kann ich grad wieder belebt Kannst du mich retten? Ich werd's versuchen Ich bin weg Was war zu scheiße? Ich hab irgendwie gar nichts gesehen, weil ich mitten in so einer schwarzen Wolke, oder? Ja, ja, in der Explosionswolke halt Die war ziemlich lange da Ja, die hat immer wieder auf uns geschossen Oh, Vorsicht, er schießt glaub ich gar nicht Ja, bin tot Fuck Fuck Kann ich dich nicht im Liegen wiederbeleben? Nein, nein, geht nicht Überall Feuer, ich kann dich auf ihn zielen Ich auch kaum Freddy, schaffst du das irgendwie zu uns? In Zeitung Ja, ich bin auch gleich tot Ich hätt nicht versuchen dürfen, dir wieder zu beleben Boah, wub, wub, wub Wub, wub, wub Wub, wub, wub Wub, wub, wub Biss dich Oh, ich hab mir meine Escape-Taste ausgebaut Hast du trotzdem gerade raufgedrückt? Ja, fast Nein, jetzt nicht, Kischi Oh mein Gott, mein Lenker Okay, nein, nicht Ja Wo ist, äh, Boost auf F? Ja, F Schieß halt auf ihn Was zur Hölle, wie hat er mich getroffen? Äh Fuck, ich hab ihn Ich kann ihn nicht mehr lassen Können wir hier mal Ja, warte Ich komm schon zu dir hin Gut, dass ich meine Ulti habe, Alter Boah, bist du weit weg Das wäre knapp Das wäre knapp Das wäre knapp, das wäre knapp Ha, hei, ja Was ist da gerade passiert? Alter, Freddy hatte nur so ein minimales Leben, Alter Also Freddy hatte nur so eine minimale Wiederbelebtzeit So ganz, ganz knapp, Alter, war das gerade Ja, aber das hat geklappt, darauf kommt es an Ja, aber auch nur wegen meiner Ulti, Alter Oh mein Gott, das ist so nice Oh mein Gott Ich glaube, Kirche hat den gefällt Das fliegt jetzt so eine riesige Leiche runter Da fliegt noch was Gewehr, Gewehr, Gewehr Oh, ich hab's in der Luft aufgehoben Oh, jo Äh, unser Pass jetzt bricht direkt vorbei Ne terrible shot gun für Kirche Was? Ähm, dann hoffe ich, euch hat dieses Ende gefallen Oh, das war schon Ende? Es war ziemlich knapp Ja Oh, ja Äh, nochmal schnellst du das Geld hier aufsammeln Ja, das ist natürlich Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute Haut rein und ciao Tschüss Haut rein, tschüss